Musik Welch ein Spieltagskracher, welch ein emotionaler Moment, welch eine grandiose Leistung der Spreefüchse. Der Tabellenzweite besiegt den Tabellenführer aus Zwickau mit 29 zu 26. Wir haben gezeigt, dass wir sehr gut handball spielen können. Ich denke, wir können sehr stolz auf uns sein. Zum Saisonabschluss kam es in der Sömeringhalle zum Gigantentreffen. Die Gäste aus Zwickau in den weißen Trikots machen ihrem Namen alle Ehre. Innerhalb der ersten fünf Minuten ziehen sie mit 4 zu 1 davon. Es wundert niemanden. Schließlich ist der Tabellenführer seit 13 Spielen ungeschlagen, zeigt sich in jedem Match mit bemerkenswerten Leistungen. Wie zum Beispiel hier. Ballverlust der Berlinerin Jenny Schonowski nimmt den Ball auf und spielt ihn zu ihrer Mitspielerin Rebecca Ertel. Die Berlins Torhüterin Sophie Sverre Hansen überwindet. Die Spreefüchse nach dieser Aktion wie ausgewechselt. Frisch, warm gespielt und angriffsbereit. Es geht Schlag auf Schlag. Malen letzten die Berlinerin aus dem Rückraum ein. Dann wieder durch ein hervorragendes Passspiel zwischen Leona Svirakova und Vesna Tollic. Bis zur Halbzeit ziehen sie mit 16 zu 13 davon. Ich bin sehr froh, dass wir plus drei in der Halbzeit gegangen sind. Eine, an die die Zwickauerinnen an diesem Amt immer wieder scheitern, ist Berlins zweite Torhüterin Sarah Hübner. Die gerade einmal 16-Jährige pariert dreimal einen Siebmeter. Welch eine beachtliche Leistung. Auch Neuzugang Lisanne Krieswig und die Tschechien Leona Svirakova zeigen, was sie im Angriff zu bieten haben. Und führen, wie hier zu sehen, zwischenzeitlich mit einem 5 zu 0 Lauf. Letztere ist mit acht Treffern beste Schützen im Spitzenspiel. Bei den Gästen hingegen fehlt es in der zweiten Hälfte definitiv an Treffsicherheit und Spielfluss. Die Spreefüchse gewinnen ihr letztes Pflichtspiel in der zweiten Bundesliga. Wir haben in der Abwehr keinen Zugriff bekommen. Deswegen hatten wir auch relativ viele Gegentore bekommen. Aber Glückwunsch an Berlin. Sie haben verdient gewonnen. Diese Niederlage können die Zwickauern gänzlich verschmerzen. Sie sind der Gewinner der zweiten Liga. Sie steigen direkt in die höchste Spielklasse des Darmhandballs auf. Auch die Spreefüchse können sich den Traum von der ersten Bundesliga erfüllen, wenn sie das Hin- und Rückspiel der Relegation gegen die Handball-Luchse Buchholz 08 Rosengarten gewinnen. Ich denke, wir haben nichts zu verlieren. Wir haben jetzt zwei Extraspiele. Ich denke, der Gegner von oben ist mehr unter Druck als wir und ich denke, wir sollten da frei aufspielen und mit vollem Druck spielen. Am 30. Mai treffen die Spreefüchse auswärts auf den ersten Bundesligisten und am 2. Juni geht es im heimischen Füchsebau rund. Zu erwarten ist ein echter Spieltagskracher, ein emotionaler Moment und eine grandiose Leistung der Berlinerin.